Was sind Nebelfilter? Brauchen sie überhaupt einen? Und kann man mit Nebelfiltern tatsächlich besser beobachten? Wenn Sie das interessiert, bleiben Sie einfach dran. Hallo im Astro-Kanal von astroshop.de. Mein Name ist Markus Schenk. Sie haben ein Teleskop und natürlich schon oft den Orion-Nebel und andere Objekte gesehen. Und sie erschienen super zu sehen und es war überhaupt kein Problem. Warum sollte man dann eigentlich einen Nebelfilter anschaffen? Ist es nicht irgendwie überflüssig? Aus den folgenden drei Gründen eben nicht. Oft erscheinen die Nebel eher schwach oder eben kaum sichtbar. Auch weil das Streulicht in der Umgebung zu hoch ist. Und der Kontrast ist manchmal so niedrig, dass der Nebel konturlos wirkt mit zu wenigen Details. Bei all dem kann ein Nebelfilter Abhilfe schaffen. Ein Nebelfilter ist nicht einfach eine Glasscheibe. Im Gegenteil, besteht aus vielen hauchdünnen Schichten, die in einem komplizierten Verfahren aufgenampft wurden. Das macht man aber sicher nicht nur so aus Spaß, sondern aus bestimmten Gründen. Das sichtbare elektromagnetische Spektrum ist wie eine Autobahn aus Licht, das in allen Farben von Blau über Grün bis Rot zu uns dringt. In der Optik nennt man das auch Kontinuum. Nebelfilter machen im Prinzip nichts anderes, als diese Menge an Licht an einigen Stellen zu begrenzen und nur einen Teil des Lichtes durchzulassen. Um beim Bild der Autobahn zu bleiben, mit einem Nebelfilter wollen wir nicht die ganzen farbigen Autos auf der Straße haben, die den verschiedenen Lichtfarben entsprechen, sondern zum Beispiel nur die grünen Autos. Die anderen Farben müssen einfach draußen bleiben. Beim Licht bedeutet das, dass nur bestimmte Wellenlängen des sichtbaren Lichts, in denen speziell die Deep-Sky-Objekte leuchten, frei durchgelassen werden. Anderes Licht künstlicher Beleuchtung wird geplockt. Der Himmel wird dann dunkel und die Objekte bleiben hell und der Kontrast erhöht sich. Generell gibt es Breitbandfilter, Schmalbandfilter und Linienfilter. Chronologisch, wie hier zu sehen, lassen diese Filter immer weniger Licht durch. Sie sind jeweils für bestimmte Objektklassen gedacht und deshalb gibt es so viele verschiedene Filter, welche besonders wichtig sind, dazu später mehr. Haben Sie ein kleines oder großes Teleskop? Ein kleines Teleskop hat für uns eine Öffnung von etwa 70 bis 120 Millimeter. Ein mittleres eine Öffnung von 120 bis 180 und größere Teleskope gehen ab 200 Millimeter Öffnung los. Und dort reihen sich natürlich dann auch 250 und 300 Millimeter Teleskope ein. Notieren Sie sich also klein, mittel, groß oder sehr groß. Achten Sie bei der Beobachtung auch generell auf Ihren Beobachtungsort. Denn man kann zwar mit einem Nebelfilter auch grundsätzlich aus der Stadt beobachten, aber er kann keinen dunklen Himmel ersetzen. Unter einem dunklen Himmel dagegen wird er noch mehr Leistung zeigen. Bei der Auswahl kommt es auch darauf an, was Sie beobachten wollen. Filter gibt es ja auch für die Planetenbeobachtung und für die Mondbeobachtung. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Es geht hier wirklich nur um Deep Sky. Genauer gesagt, nicht mal um Galaxien, denn für die sind Filter kaum geeignet. Dagegen können Sie Wasserstoffnebel, planetarischen Nebel und auch Supernova-Überreste beobachten. Denn das sind Objekte, die nicht ein kontinuierliches Spektrum aussenden, sondern nur in bestimmten Wellenlängen strahlen. Fragen Sie sich, ob Sie besonders daran interessiert sind, Nebel zu beobachten. Spaß daran haben, Details zu erkennen und sie intensiv zu beobachten. Astronomische Filter werden in die Hülse des Okulars eingeschraubt. Danach setzen Sie diese Kombination in den Okularauszug. Das im Auge ankommende Licht ist dann gefiltert. Nun gibt es aber zwei verschiedene Okular- und Filtergrößen in 1,25 Zoll und 2 Zoll. 1,25 Zoll Okulare gibt es in allen Brennweiten, während 2 Zoll Okulare für kleine Vergrößerung und für große Gesichtsfelder benutzt werden. Ja, welche Filtergröße sollten Sie also nutzen? Nur 1,25 Zoll, weil Sie auch einen 1,25 Zoll Okularauszug benutzen? Dann ist die Sache ja klar. Aber wenn Sie beide Okulargrößen verwenden, kaufen Sie dann beides? In dem Fall haben Sie in Ihrem 2 Zoll Okularauszug wahrscheinlich einen Reduzieradapter mit einem 2 Zoll Einschraubgewinde. Wenn nicht, gibt es diese jederzeit auch nachzukaufen. Der Vorteil, Sie kaufen nur einen 2 Zoll Filter und können diesen dann für die kleinen und die großen Okulare verwenden. Entscheiden Sie sich also für 1,25 Zoll oder 2 Zoll. Egal welcher, ein Nebelfilter ist dafür geeignet, um das Streulicht zu minimieren und den Kontrast am Objekt zu erhöhen. Oft wird angebracht, man könne damit die Lichtverschmutzung minimieren. Aber erst unter einem mäßigen bis guten Himmel zeigt so ein Nebelfilter wirklich seine beste Wirkung. Ein CLS-Filter oder Deep Sky Filter besitzt eine sehr große Durchlassbreite. Das gröbste Streulicht wird dann geblockt und der Kontrast an vielen Nebeln leicht erhöht. Man kann durchaus auch mal versuchen, damit die Lichtverschmutzung zu beeinflussen. Allerdings entfaltet er aufgrund seines sehr hohen Durchlasses erst eine gute Wirkung, wenn Sie unter einem sehr dunklen Himmel beobachten. Der Vorteil ist, es ist ein sehr guter Filter für kleine Teleskope, weil er das Bild im Teleskop so gut wie überhaupt gar nicht abdunkelt. Auch für die Fotografie kann man ihn sehr gut einsetzen. Ein UHC-Filter zählt zu den Schmalbandfiltern und ploppt mehr Licht als ein CLS-Filter. Er sorgt aber damit auch für ein deutlich dunkleres Bild, aber auch für einen wesentlich höheren Kontrast. Sozusagen ist es ein Spezialfilter, der die U3-Linie passieren lässt, in dem die Emissionsnebel und auch planetarische Nebel strahlen. Wenn Sie ein Teleskop ab 120 mm Öffnung besitzen, dann ist es der Filter der Wahl. Ab 150 mm aufwärts entfaltet er noch mehr Möglichkeiten, denn Sie können dann auch Nebel bei etwas höheren Vergrößerungen beobachten. Der U3-Filter hat einen sehr engen Durchlass von etwa 12 Nanometern. Dabei wird die Helligkeit des Himmelshintergrundes rapide herabgesetzt. Er ist perfekt geeignet für sehr große Teleskope ab 200 mm Öffnung und natürlich größer. An planetarischen Nebeln bringt er eine wirklich enorme Steigerung. Wenn Sie den Cirrusnebel mit dem Teleskop noch nie gesehen haben, dann wird er Ihnen mit einem U3-Filter geradezu in das Gesichtsfeld springen. Nach den ersten vier Fragen sollten Sie schon ungefähr einschätzen können, welcher Filter in Frage kommt. Wenn Sie ein kleines Teleskop besitzen, dann versuchen Sie es erst mal mit einem CLS-Filter. Bei einem etwas größeren Teleskop sollten Sie sich zwischen einem UHC- und einem U3-Filter entscheiden. Der UHC-Filter wird als universeller Filter gesehen. Deswegen wird er wohl als erstes einen Platz in Ihrem Okularkoffer erhalten. Aber achten Sie beim Kauf auf die Filterkurve. Können Sie erkennen, dass der Filter auch die wichtigsten Wellenlängen von 486, 496 und 501 Nanometern durchlässt? Ist die Filterkurve beim Filter überhaupt veröffentlicht und bietet der Hersteller eine individuell gemessene Kurve überhaupt an? Übrigens, jeder unserer Omegon-Nebelfilter wurde bei uns im optischen Labor individuell gemessen. Wenn Sie bereits einen Filter haben, aber wissen wollen, wie seine Transmissionskurve liegt, dann können Sie ihn auch bei uns messen lassen. Wenn Sie mehrere Nebelfilter benutzen, dann kann es manchmal lästig sein, einen nach dem anderen einzuschrauben. Eine geniale Lösung ist ein Filterrad, das Sie einfach mit Ihrem Filter bestücken. Dann können Sie innerhalb von Sekunden zwischen den Filtern wechseln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine schöne Zeit und beobachten Sie gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017